Norddeutschland Guten Morgen meine Lieben, da ist er wieder, der autoverrückte Deutsche aus Miami, ganz genau und ich bin diesmal für euch mit Michel, der sich da hinten versteckt, wieder mal, also ich werde ihn nicht los, mit Michel beim Cars & Coffee in Palm Beach, genau genommen West Palm Beach an einer großen Shopping Mall und hier erwarten uns, man sagt selbst von der Veranstaltung, Das größte Cars & Coffee in den USA, genau und jetzt auf Deutsch, man sagt das größte Cars & Coffee in den USA, ich war vor einiger Zeit schon mal hier, da war es schon ganz eindrucksvoll und es soll noch größer geworden sein, also man spricht derzeit von mehreren tausend Autos, einmal im Monat trifft man sich hier und ob das wirklich mehrere tausend Autos sind, das werden wir zählen gleich durch, also der Michel hat sich wirklich dazu bereit erklärt, das finde ich auch ganz gut, er wird das auf seinem Kanal, komplett live durchlaufen lassen, die Zählung, er hat sich dazu bereit erklärt, alles wirklich genau akkurat zu erfassen, so sind wir Deutschen und ich bin eher der Typ, ich werde euch die coolsten Autos hier zeigen, also langweiliges Video bei Michel, spannendes Video bei Björn, so auf geht's. Lasst mich euch eins noch erklären, wir sprechen ja hier in den USA oder ich sage öfters Cars & Coffee Event, also es ist wirklich so, es gibt die normalen Auto Events hier in den USA, aber eben auch Veranstaltungen wie die Cars & Coffees, die dann, wie in diesem Fall zum Beispiel, um 8 Uhr morgens beginnen an einem Sonntag und bereits um 12 Uhr mittags zu Ende sind und teilweise fahren die Leute dann auch schon vorher nach Hause wieder oder sind schon um 7 Uhr morgens da, um sich den besten Platz zu sichern. Also das ist so eine typisch US-amerikanische Geschichte, kennt man in Deutschland eigentlich eher nicht diese Frühstückstreffen, sondern in Deutschland heißt es dann natürlich, man fängt um 10 Uhr morgens an und dann geht es bis 18 Uhr oder 20 Uhr am Tag, das machen die Amis nicht, unter anderem deshalb, weil viele dann auch samstags oder sonntags noch arbeiten müssen oder den Tag mit der Familie verbringen wollen, den Rest des Tages zumindest, deshalb sind viele Treffen etwas früher und halt auch nicht so lang. Ja, meine Holde macht sich immer lustig über mich, ich liebe Kombis und das ist natürlich, klingt nicht nur geil, sondern sieht auch geil aus, Ford Torino Kombi. Wo wir gerade dabei sind, was ich auch geil finde, liebe Freunde, das da drüben, ein schöner geiler Pickup, hier, ehrlich, was gibt es gegen einen Apache zu sagen, so wie der hier, mega geil, schweinetief, also, oder hier, schön Air-Ride-System drin, in dem alten Chevy, also Freunde der Nacht, cooler geht es doch wohl kaum, oder? Schaut euch das mal bitte an. Also, wenn man cool sein will auf dem Golfplatz, dann macht man das hier, Porsche 356, so ein bisschen Golfkarts aussehen, sehr, sehr lustig. Auch davon bin ich ein Freund, muss ich sagen, ich weiß, es ist schon wieder ein Pickup, aber dieser Style innen drin, wirklich sehr, sehr schön, ich zeige es euch gleich, und außen dann so ein bisschen, ihr seht ja, abgeschliffen, und der gesamte Lack so ein bisschen Flugrost dran, und das Ganze einfach nur ein bisschen mit Klarlack versiegelt, also das ist eigentlich eine sehr coole Kombination, finde ich, muss ich sagen, schaut mal hier, hinten auch auf der Ladefläche alles, und hier drinnen dafür dann alles, ansprechend und schön, mit Telefon, mit Telefon drin zum Beispiel auch. So, für alle USK-Freunde, hier was cooles, Challenger RT, wie ihr sehen könnt, Plum Crazy heißt die Farbe, mega geiler Zustand, Pistol Grip Shifter, ich zoome mal kurz rein, dass ihr seht, was ich meine, den gab es damals optional, diesen Shifter hier, ab Werk zu bestellen, sah cool aus, und sollte halt auch ein bisschen sportlicher sein, auch eine schöne Option, die er hier hat, ist die, also erstmal ist es ein 440 6-Pack, also ein schöner, großvolumiger Motor, mit einem 6-fach Vergaser, deswegen 6-Pack, und er hat die Shakerhaube, deswegen die Öffnung hier, gab es ab Werk auch, mit diesem riesigen Luftfilterkasten, wo die Luft dann halt wirklich reingedrückt wurde, ab Werk, lustig auch immer wieder, ist auch ab Werk so gewesen, dieser Sticker hier, Shaker, der halt so unter der Haube auf diese Option hingewiesen hat, als Gag, und ihr seht, wie leicht verwaschen das gedruckt ist, weil halt Shaker, Vibrationen und so weiter und so fort. Wofür zum Thema tiefer gelegte Autos, kann man machen, auf jeden Fall hier in Florida. Und wie man das macht, das seht ihr eigentlich ganz gut hier hinten. Er hat dann einfach mal die Achse höher gelegt, die Radausschnitte anders gewählt, den ganzen Rahmen umgearbeitet, wenn ihr mal schaut. Also der ganze Rahmen macht jetzt einen Bogen, und nur deshalb hat er den auch so tiefer legen können. Weiter geht's mit ein paar schönen amerikanischen Klassiken, ein 86er Pontiac Firebird Trans Am, hier dann Cadillac aus meinem Geburtsjahr, 1976, auch ein Coupé, wie ihr seht, und daneben ein, was ist es, Chrysler müsste es sein, ja genau, ein Chrysler Royale, Modelljahr 39. Also sowas ist immer wieder cool, finde ich, noch zu sehen auf den Straßen. Man darf nicht vergessen, wie alt diese Autos sind, und dass dazwischen auch nochmal ein Krieg geherrscht hat. Klar, nicht direkt in den USA, aber am Ende hat er natürlich schon so ein bisschen das Verhalten der Leute beeinflusst, so ein Krieg. Und dadurch sind natürlich auch dann teilweise Autos einfach vernachlässigt worden, weil kein Geld mehr da war, verschrottet, eingetauscht und dergleichen. So, dann mal eine Geschmacksfrage, was würdet ihr eher fahren? Aktuellen 2003, also nahezu aktuell, Chevy SSR, übrigens ein Cabriolet, oder hier ein Chevrolet C10 Pickup Truck von 1964. Was findet ihr da cooler? Ja, meine Lieben, ich glaube, da bleiben keine Fragen offen. Entweder kann man es klein und tiefer legen, oder man legt es halt extra hoch. Und ihr seht, also ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Vorstellung habt, wie hoch die Kiste ist, denn die Leute, ich bin 1,86 Meter groß, und mein Kopf endet jetzt, ja, ungefähr hier. Ach, und da rennen sie einem wieder über den Weg. Da ist ja der Michel und die Yvonne, ja, da ist er. So, Highlights schon entdeckt ihr in den ersten 10 Minuten? Zu viele Highlights. Ich bin ja ein großer Freund, sage ich ja immer, oder habe ich dir ja schon gesagt, von diesen ganzen alten Pickups, die hier rumfahren, also, ja, oder auch der Challenger, der vorne ist, der Plum Crazy, dieser Lilane, der hat sehr, sehr viele coole Optionen. Zeige ich dir gerne später nochmal, wenn du möchtest, ansonsten entdeckst du den selbst. Rechte Seite, Lilanes Auto, 1970er Modell, ja. Ja, in dem Fall ist es gut, dass die Herrschaften hier in Florida leben und nicht in Deutschland, denn in Deutschland hätte sich der TÜV wahrscheinlich totgelacht, wenn du damit so vorgefahren wärst. Abgesehen von der Größe der Felgen, die vielleicht noch nicht mal das Problem sind, ist es so mit den Abdeckungen, mit dem Radkasten und dem abgedeckten Profil, so eine kleine Sache. Aber hier sieht es auf jeden Fall cool aus und es interessiert nicht wirklich jemanden. Also das Coole an der Veranstaltung hier ist definitiv die Unterschiede, die es hier so gibt. Schaut euch hier an, ein Honda, cool gepimpt, dahinter dann mal eben ein Gallardo Performante, wieder was japanisches, Lexus quer durch den Garten, hier dann auf einmal ein cooler alter Diablo, der einfach mal so casually hier parkt. Da rechts dann Magnum und sein Ferrari, 84er Modelljahr, 308 GTS, Honda NSX, wie ihr sehen könnt, Ferrari 488 daneben, sehr, sehr geiles Ding, GT2 RS Porsche, Modelljahr 2018, bin ich ja schon gefahren auf meinem Kanal, damals noch in englischer Sprache gemacht, das Video, ich werde euch trotzdem einblenden, denn wenn es euch interessiert, lohnt es sich auf jeden Fall da mal zu schauen. Ansonsten, schwenkt hier rüber, wie ihr seht, alles quer durch den Garten, hier ganz verrücktes Zeug. Huracan, 600 LT, Aston Martin, ja, was soll ich groß sagen, teilweise fehlen mir dann doch immer noch die Worte, was hier wirklich so abgeht, an Autos, die hier immer wieder aufschlagen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass hier ist einmal im Monat und von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, also noch nicht mal so unbedingt extrem, wie sage ich, kundenfreundlich von der Zeit her, sondern wenn du hier bei sein möchtest mit deinem Auto, dann musst du auf jeden Fall früh aufstehen. Hier auch ist, glaube ich, ein Teckard Umbau, nee, Harman Umbau, Harman White Body an einem Cayenne, also ein deutscher Veredler, wie ihr sehen könnt und wie ihr wisst, Harman kennt ihr ja, und das hier auf jeden Fall ein Umbau mit Carbonhaube und dergleichen. Das hier auch sehr cool, 69er Mercedes-Benz, ein W109-Modell, 6,3 Liter V8 unter der Haube, sehr, sehr cooles Ding, Zustand, abgesehen von Felgen, die ein bisschen geputzt werden könnten, wunder, wunderschönes Auto, kann man nicht anders sagen. Hier haben wir dann wohl die BMW-Ecke, auf dem gesamten Platz, hier stehen ungefähr, schätzen mal, also in diesem Bereich, 150, 200 BMWs, unter anderem hier der M2, die Farbe finde ich mega geil, muss ich sagen, das hat so ein bisschen was von Valencia Orange, ich glaube, das ist es nicht. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, könnt ihr mir gerne sagen, das ist sogar ein Competition, wie das Schild uns hier sagt, also, sehr schön, kann man nicht anders sagen. E46 Cabriolet, M3, unter anderem an den Kiemen zu sehen, vorne ein bisschen anderen Spoiler dran, und lustig hier, das Exportkennzeichen aus München, abgelaufen, 20. April 2015, hat er wahrscheinlich irgendwo mal gekauft, um einfach seinem Auto so ein bisschen mehr deutsches Flair noch zu geben. Habe ich so auch noch nicht gesehen, M3, wie ihr seht, mit Air Ride System. Liegt auf jeden Fall ganz satt, und wenn er das Fahrwerk richtig eingestellt hat, ein gutes System ist, kann er damit sicherlich auch zumindest ganz normal fahren, wenn er es ein bisschen hochpumpt, logischerweise, dann gut, mit billigem System sieht es dann immer schlecht aus, mit dem Fahren, aber wenn er hier wenigstens ein bisschen Geld investiert hat, man weiß es nicht, man hofft es, dann sieht es sich nur cool aus beim Parken, sondern er kann damit auch wirklich gemütlich durch die Gegend rufen, ohne Probleme zu haben. So, hier mal was für alle Fans britischer Autos. Das hier ist ein 56er Jaguar XK 140 MC Roadster. Das, was den aber so besonders macht, ist folgendes, der Wagen ist aus Erstbesitz und er hat gerade mal 7100 Meilen, also knapp 10.000 Kilometer gefahren, seit Erstzulassung. Und das war, wie ich gerade sagte, 1956. Also 10.000 Kilometer in, ja, wie viel? Mehr als 50 Jahren, 60 Jahren. Das ist mal schon eine ganz schöne Leistung, sich da so zurückhalten zu können, obwohl man so ein schönes Auto in der Garage stehen hat. Hier ist jemand, ein Freund der US Air Force, wie ihr sehen könnt, so ein bisschen im Fighter Jet Design, das Ganze designt. Und er ist sogar ein Trump-Fan, was ich jetzt nicht so toll finde, aber das muss man am Ende natürlich, muss jeder für sich selbst wissen, wen er so gut findet. Eigentlich müsste er doch, wenn er Trump-Fan ist und die amerikanische Wirtschaft ankurbeln, will ein amerikanisches Auto fahren. Aber gut, das sehe vielleicht nur ich so. Und da haben wir auch schon wieder die deutschen YouTuber. Es ist ein Riesenplatz und trotzdem läuft man sich immer wieder über den Weg. Das ist ja auch ein sehr kleines Treffen einfach, muss man sagen. Ja, das schon. Wobei es jetzt mal ordentlich, die Antwort ist, es ist etwas kleiner als beim letzten Mal. Also es ist, ich weiß nicht, wie viele Autos es sind, vielleicht 1000 oder sowas, würde ich schon sagen. Aber es ist, es war schon mal größer und es ist halt so phasenweise. Die Leute gehen halt im Sommer öfters wieder zurück, nach New York dann im Frühjahr. Das heißt, die mit den ganzen coolen Autos sind dann auch erstmal weg für ein paar Monate, bis der Winter wiederkommt. Ja, auch kaum coole Autos da. Aber du wolltest mir noch was zu dem Lila dann da hinten erzählen. Ja, können wir da mal kurz hin. Können wir gerne machen, wenn ich bis dahin nicht weggeschwitzt bin. Okay, dann lass uns das mal machen. Für mich ehrlich gesagt eine sehr schöne Konfiguration hier an dem GT2 RS. Wie ihr seht, also recht dezent. Dazu aber dann schön die Carbonhaube und auch schön dieses abgesetzte Matte mit der roten Outline. Sehr gelungen. Weiter geht's. McLaren 570S in diesem schimmernden Orange. Also Freunde, unfassbar, was hier los ist. Hier haben wir dann die Familienlimousine aus dem Hause Maserati und da kommt dann noch mal ein alter Porsche mit Ingolstädter Kennzeichen. Ja, warum filmt der Michel noch mal den Porsche von hinten? Weil die Abgasanlage absolut unglaublich laut ist. Ist ein Boxer zur Porsche hin? Ja, ist ein Boxer zur Porsche hin. Ganz genau. Sagt der Michel gerade. Sehr beliebt in den USA, insbesondere in Kalifornien. Damals als Surfer-Vehicle. Einfach das Board oben drauf oder hinten reinschmeißen. T2-Bus. Schöne Farbkombination. Klassisch. Und eben mal was ganz anderes hier auf der Veranstaltung. Neben den ganzen Supercars und was man hier noch so entdeckt. Ich hab's euch ja schon oft gesagt. Wenn's um verrückte Autos geht, sind wir in den USA auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und das ist halt das, was mein Leben hier, wenn's um Autos geht, auf jeden Fall immer wieder sehr interessant macht. Was seht ihr hier vor euch? Einen ganz normalen Dodge Charger. Oder? Liebe Freunde, nein. Wir haben hier einen Pick-up-Umbau. Schaut euch das an. Ich hab's Auto von hinten gesehen und dachte, hö, das ist ja sehr interessant. Und dachte dann, Moment, ist das wirklich ein Charger? Und ja, es ist ein Charger. Verrückte Geschichte. Charger Hemi RT. Als Pick-up-Umbau. Wirklich schön und gut gemacht. Macht einen sehr guten Eindruck. Und er selbst nennt sein Auto die Redneck Edition. Sehr, sehr, sehr lustig. Aber auch wirklich gut gemacht im Detail. Denn simpel dahin frickeln kann man ganz einfach. Aber auch hier in dem Fall wirklich gut gemachte Übergänge. Gut lackiert. Steckt sicherlich viel Arbeit drin. Und deshalb zeigte das Ergebnis hier auch sicherlich sehr gerne her. Meine Lieben, ich wollte euch noch mal ganz kurz diese M3 hier zeigen. Und zwar einen davon insbesondere. Denn das Lustige oder Interessante an dem ist, ihr seht, in Grau, genau genommen ist das Ding, aber in Nardo Grau. Hier folgt dem Kollegen bei Instagram Nardo Grey F80. F80 ist die Modellgeneration quasi dieses Wagens des M3. Sehr interessant, ob man das Auto ab Werk so bestellt hat oder nachher lackieren lassen. Ich habe keine Ahnung. Und da ist schon wieder der Michel von P1 TV. Und was macht er? Er geht seiner Lieblingspassion nach. Er filmt Subarus. Scheinbar ist er ganz, ganz, ganz innig verliebt in Subarus. Aber wir können ihn ja mal fragen. Lieber Michel, ich muss dich was fragen. Ja. Es scheint mir so zu sein, als wärst du in Subarus verliebt. Ja, der ist geil, ne? Du findest scheinbar jeden Subaru geil. Egal. Ja, die sind schon, also der Motor einfach in Verbindung mit diesem permanenten Allradantrieb. Limousinen mag ich ja sowieso. Dann diese Optik, die breiten Backen. Das ist einfach Rallye, dann auch noch die Rallye-Historie. Das ist perfekt. Das ist genau ich. Das ist meins. Okay, das heißt zusätzlich zu deinem RS oder? Ja, den RS würde ich dafür doch nicht abgeben, aber ich hätte gern beides. Spar dein Geld oder mach mehr und mehr Abonnenten bei YouTube. Die helfen dir auch. Abonnieren. Ihr seht, meine Lieben, für viele geht es jetzt langsam nach Hause, obwohl die Veranstaltung offiziell noch nicht zu Ende ist. Ich habe es euch ja gesagt, das ist so typisch hier. Früh kommen, früh fahren für Veranstaltungen und gerade bei einem Carson Coffee. In diesem Sinne sage auch ich tschüss und hoffe, das Video hat euch gefallen. Carson Coffee, Palm Beach. Fette Geschichte, interessante Mischung aus verschiedensten Autos. Ich habe extra versucht, heute euch mal ein paar mehr Amis zu zeigen, denn es gab ja viele von euch, die gesagt haben, na ja, nicht nur deutsche Autos, wenn ihr schon in den USA lebt. Das habe ich hiermit gemacht. Viele, viele Amis euch gezeigt. Und wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch für das Video, meinen Kanal abonnieren, weiterempfehlen und dergleichen. die Glocke aktivieren auf jeden Fall auch neben dem Kanal Namen, denn so kriegt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich sage ansonsten vielen lieben Dank. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Abgasgeruch und den Klang der Autos und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.